Die Kinder, die sehr, sehr viele Qualitäten mit sich bringen, hier bringen sie alles. Erstrangierte Tiere, die wir hier haben, aus sieben Kategorien. Und jedes Einzelne hat bei ihrem Alter die Kategorie gewonnen. Verdient gewonnen, würde ich sagen. Ich habe ja die am Morgen nicht selber eingestellt. Das haben meine zwei Kollegen gemacht. Aber ich glaube, sie durften hier wirklich ganz, ganz starke Qualität herstellen. Die verschiedensten Alter haben wir hier. Immerhin hinein. Aber alle sind sehr gut entwickelt, bringen sehr viel Breite mit, sehr viel Länge mit. Tiefe Breite hier vorne, gute Becken, wunderbare Fundamente und auch Klemmen, die sehr, sehr ansprechend sind. Ich habe jetzt die Aufgabe, um drei Ränge, die ersten drei Tiere zu erküren und die anderen vier sind einfach auf dem vierten Rang. Ich werde jetzt zuerst die Champion gratulieren, dem Vize-Champion und nachher dritten Rang von Rabu. Und da dabei, wir haben sehr, sehr viele Leute da oben in der Rang oben, die mich doch kräftig unterstützen dabei. Und das ist ein, ganz vieles Gefühl. Und das ist ein, ganz vieles Gefühl. Die Rinder-Champions schauen das Tier an, ein Tier, das einen enorm schönen Zug hat, obendurch sehr korrekt ist, in der oberen Linie breit und lang ist, mit einer sehr korrekten Becken, eine neigige, breite Länge, ein Fundament, wie ich gesagt habe, sehr korrekt in Ausprägung und Stellung unter den Flammen, das mich jetzt gerade so sehr, sehr stark anspricht, mit den Fältern hinunter, sehr hoher hinunter gezogen. Das war dann eben der Grund, als ich am Vize-Weiss vorgezogen habe, die auf den Flammen noch etwas mehr anspricht, aber auch der Vize-Meiss sehr, sehr stark entwickelt, sehr breit, sehr tief vorne hinunter. Das war dann der Grund gegenüber dem Dritten, weil sie noch etwas mehr Vorzüge haben, die breite, tiefe vorne in die Brust hinunter. Ganz, ganz herzliche Gratulation zu diesen tollen Rindern und macht weiter so. Danke, mit Glück. Danke. Danke. Danke.